Hallo, hier ist Astrobecker. Kann man Kunst? Ja, man kann. Kann man im Horoskop sehen, ob jemand schwul ist oder nicht? Nein, das kann man nicht. Erstens mal, weil Obfragen, wie ich schon mal erwähnte, nicht möglich sind. Und ansonsten ist auch die Angaben, die man aus dem Horoskop ziehen kann, sind nicht so spezifisch. Das heißt, man kann Situationen beschreiben, man kann beschreiben, dass vielleicht eine Geschlechterrolle sozusagen unkonventionell gelebt wird oder dass sozusagen eine Art Versteckmechanismus da wäre oder so. Also man kann all das beschreiben, was man vielleicht sozusagen charakteristisch am Schwulsein annehmen würde. Aber dass man jetzt haargenau sagen könnte, ja, dieser Mensch ist queer geboren, das kann man nicht. Hättet ihr das gedacht? Ja, was dachtet ihr denn, was in der Astrologie zu sehen ist? In den Kommentaren hier unten.